DECKBAUBOX Das war kein Anbiederungsversuch bei der anglizismengeschädigten Internetgeneration. Und geradezu subversiv ist die Übersetzung von An Instant Collection. Während der geneigte Amerikaner offenbar eine stark komprimierte Sammlung diverser Spontanzauber erhält, geht es hierzulande wesentlich gelassener zu. Wir bekommen einfach nur den Beginn einer Sammlung. Nun, dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier haben. So, da haben wir einmal zwei Booster 2011 Hauptset. Ein Booster, die Namen von Merodin und ein Booster Merodins Belagerung. Platzhalter. Fangen wir mal hier mit an. Mal einen Flyer, der eine Anleitung zum Deckbau darstellt. Eine Spielanleitung darf natürlich auch nicht fehlen. Neben den wunderbaren Ländern haben wir da auch noch diesen Stapel. Mal sehen, was da so drin ist. Da haben wir schon mal eine immer ändernde Weite. Okay, schwarze Karten. Und noch mehr Terramorphic Expense. Rote Karten. Uh, gar nicht schlecht. Da haben wir zum Beispiel schon mal einen Cunning Spark Mage. Einen gespaltenen Donnerschlag. Ein Meiler Unhold. Hm, naja. Mehr immer ändernde Weite. Blaue Karten. Hm, hm, hm. Serra Engel. Serra Engel. Ein paar Flieger. Ein paar Flieger. Etwas Bouncing. Arrest. Nummer 4, der immer ändernden Weiten. Mehr Mana Fixing. Noch mehr Mana Fixing. Hm, zwei Squadron Hawk. Okay, mehr Blau. Hier kommen auch die versprochenen Vampire. So langsam mal. Hm, Doom Blade. Duras, Grasp of Darkness. Hm, ein Lightning Bolt. Mehr Mana Ramp. Sehr schön. Hm, ein zweiter Serra Engel. Skin Render. Mehr Grün. Und mehr Standard Lender. Und nachdem wir soweit schon gekommen sind. Wollen wir natürlich auch wissen, was denn in diesem Buch dann eigentlich drin ist. So. Hm, 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 hm. Silence. I kill you. Merodins Belagerung. Das ist wahrscheinlich der interessanteste Booster an der. Der neuste. So. Hm. Hm, ein Drache. Und mehr Land. Und das nächste. Hauptfeld Pack. Mana Leak. Durchaus eine sinnvolle Sache, die mal zu haben. Hm. Jetzt haben wir schon zwei Lightning Bolt. Pyroclism. Pyroclism. Eine rote Layline. Vogel. Ich zeig euch den Vogel. Und Scars of Mirrors. Und Scars of Mirrors. Mit. Mit. Zwölf Artefakten. Von denen man nicht alle im Deck haben will. Wird das mit dem Metallkunst Deck. Und was uns die Deckbauanleitung erzählt hat, schon ein wenig schwierig fürchtet. Dafür haben wir allerdings ziemlich gutes Mana Fixing. Ich denke zweifarbig lässt sich hiermit auf jeden Fall bauen. Und nach einer groben Durchsicht der Karten sind auch ungefähr alle Farben gleich stark verdrehten. Eins muss völlig klar sein. Die Deckbau-Box ist ein Produkt für absolute Anfänger. Und man kann mit den darin enthaltenen Karten im Traum kein FNM-taugliches Deckbauern. Dennoch hätte sich über so etwas vor ca. 15 Jahren Klein Henke wirklich gefreut. Was nicht zuletzt daran liegt, dass es hier anders als bei Intro Packs, Event Decks und dergleichen um eigenen Deckbau geht. Dabei hilft auch die Deckbauanleitung durchaus weiter. Die enthält ein paar allgemeine Tipps zum Deckbau und darüber hinaus noch ein paar Empfehlungen, was man mit den vorliegenden Karten für Strategien vielleicht einmal ausprobieren sollte. Zum Beispiel das blau-weiße Flieger-Deck, das aggressive rote Deck, das grüne Fetty-Deck und andere Standard-Archetypen. Interessant ist lediglich, dass auch solche fortgeschrittenen Ideen wie das Bibliothekslehrungs-Deck und das Schlechtruf-Deck auftauchen. Ehrlich? Ihr wollt mich doch vereiern! Meine Deckbau-Box enthielt genau ein Schriekorn, um die gegnerische Bibliothek zu mühlen und sage und schreibe null Karten mit der Schlachtruffähigkeit. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das bei anderen Deckbau-Boxen so viel anders aussieht. Nun, man muss wohl kein Genie sein, um herauszufinden, warum in die Box mehr Karten reinpassen als drin sind. Trotzdem hätte die Anleitung vielleicht unterscheiden sollen zwischen Decks, die man mit dem Inhalt tatsächlich hinbekommt, und solchen, die man irgendwann später einmal in Angriff nehmen kann. Tatsächlich findet sich alles unter folgender Einleitung. Die Deckbau-Box ermöglicht es dir, eine Vielzahl an verschiedenen Decks auszuprobieren. Wie auch immer, das ist bereits der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Insgesamt gefällt mir das Konzept sehr, und falls es nicht darum geht, einen Anfänger in möglichst kurzer Zeit vom Noob zum FNM-Spieler zu bringen, kann ich die Deckbau-Box wirklich empfehlen. Damit ihr eine ungefähre Vorstellung davon habt, was für Sachen mit der Box zu bewerkstelligen sind, habe ich hier unten noch zwei Decklisten platziert. Das war's, bis demnächst. Und jetzt ratet mal, was ich letzte Tage aus meinem Briefkasten gefischt habe. Und jetzt ratet mal, was ich letzte Tage aus meinem Briefkasten gefischt habe. Und jetzt ratet mal, was ich letzte Tage aus meinem Briefkasten gefischt habe. Lasstens von Gering Ich bin vier. Ich bin vier. Ich bin vier. Und dann? Ich bin vier. Ich bin vier.